Wahrscheinlich wisst ihr überhaupt nicht, wer vor euch steht. Aber sieht gut aus. Habt ihr gedient? Doch, so lange her. Ich glaube, ich auch. Michael von Obentraut, Reitergeneral im Dienst seiner königlichen Majestät, Christian IV., König von Dänemark. Er führt die protestantische Union an. Wir kämpfen gegen die katholische Liga. Ich komme gerade aus Hannover. Ich habe mit den Ratsherren verhandelt über die Einquartierung von dänischen Fußtruppen, um ihre Stadt vor den katholischen Feinden zu beschützen. Meine Damen und Herren, Rainer Königke. Für Sie ist es ein großes Glück, dass Sie mich heute hier angetroffen haben. Nutzen Sie diese Gelegenheit und fragen Sie mich, wo ich ginge, die Sie schon immer mal von Herrn Leibniz wissen wollen. Ja, wenn Sie Zweifel haben oder nicht mehr gewohnt sind, wie Sie mich ansprechen dürfen, nun seien Sie versichert, ich lege nicht allzu viel Wert auf Form und Höflichkeit. Also eure Exzellenz ist völlig in Ratsch. Danke. 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 Danke.